Ich habe kennengelernt, meinen neuen Mann Karl-Heinz, über Katalog. Ich weiß, wird ihn nicht gerne gesehen in Deutschland, aber in Thailand, wir machen oft. Hier ist ein Foto von meinem Mann Karl-Heinz. Er hat ein bisschen gemuggelt. Foto ist über 20 Jahre alt. Und nie von ihm. Und Photoshop. Egal, wo die Liebe hinfällt. Egal, wo die Liebe hinfällt. Egal, wo die Liebe hinfällt. Egal, wo die Liebe hinfällt.